Das Jahr 2023 hat für uns viele große Themen bereitgehalten, viele Probleme, mit denen wir uns beschäftigen mussten und in Zukunft auch noch müssen. Im Roman unseres heutigen Sponsors Ralf Ruthart, das lause Schweigen des Max Grund, befasst sich der Protagonist auch mit den großen Themen unserer Zeit. Ganz genau, das sind nämlich unter anderem das Risiko eines Niedergangs der Wirtschaft in Deutschland, die Bevormundung auch durch die Medien, Kriege, Inflation, Digitalisierung, politische Korrektheit, die Asylproblematik, alles Themen, die uns ja auch im letzten Jahr begleitet haben. Ja, viele Menschen fühlen sich mit den Entwicklungen in Deutschland nämlich auch nicht mehr wohl und das ist wohl auch das Grundthema dieses Romans. Das ist richtig und wenn ihr jetzt Interesse bekommen habt, das Buch, das laute Schweigen des Max Grund von Ralf Ruthart zu lesen, dann könnt ihr es überall erwerben, ob bei Thalia oder bei Amazon und ihr könnt es auch hören bei Spotify oder bei Audible.